Es ist endlich soweit, Wolfgang Jupp feiert GNTM Comeback. Er kehrt zurück ans Germanys Next Topmodel-Set. 2014 und 2015 saß Wolfgang Jupp, 73, gemeinsam mit Heidi Klum, 44, und Thomas Hauer in der Jury des Casting-Formats. Nach nur zwei Staffeln verließ er die Show wieder doch so ganz und gar verabschieden möchte sich der Modedesigner offensichtlich auch nicht, in der kommenden Episode wird der Designer sein Comeback geben, und zwar als Gastjuror. Für den Entscheidungswalk am kommenden Donnerstag möchte wohl nicht auf die Expertise des Modeschöpfers verzichten, wie sie im Dreier verrät, ich freue mich riesig auf das Wiedersehen und bin natürlich gespannt, was er zu meinen Mädchen sagt. Die werden sich dann also vor gleich vier kritischen Experten beweisen müssen, wenn sie über den beregneten Catwalk laufen, denn in der nächsten Folge wird sich alles um das Element Wasser drehen. Neben der Jury-Chäfin scheinen auch die Nachwuchsmodels von der Rückkehr des 73-Jährigen begeistert zu sein. Wolle war immer so lustig, so herzensgut, so ein richtig süßer, lieber, schwärmt Pia Riegel, 22, im ProSieben-Interview. Schon im vergangenen Jahr war bei seinen ehemaligen Kollegen zu Besuch und stand während einer Entscheidung mit Rat und Tat zur Seite.